So, weiter geht es mit... Ich muss gerade mich hier orientieren... Dann muss doch richtig... Äh, Map Ride... Das ist... Das ist auch... Ja, das ist gestern Teil... Ich glaube es gibt vier Teile, das ist Teil 3. Danach geht es dann in die... Das richtige Erlebnis. Bin ich mal gespannt. Da werde ich jetzt eigentlich schon längst, aber... Ich würde ja nicht... Ja, übertreiben. Ja, das geht... Ja, das geht... Das sieht irgendwie so komisch aus, wie da so fliegen, sag ich jetzt mal. Oh, gar nicht so früh mit denen gerechnet. Was ist denn? Konzentrieren hier? Ich will ja nicht, oh nein. Besser, 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 besser. Oh, das ist ein Atrozan-Spot für die Verkaufsgeräte, die Verkaufsgeräte sind. Ja, vor allem unten sehe ich gerade nicht so vor der Hammer abgebildet, aber in der Hand habe ich... Warte. Das ist auch super. Willkommen in Geofor, mein altes 9-5. Die Fronten haben auch wo was. Irgendjemand in der gesagt. Hier ist ja immer. Hier haben wir noch ein Loch in der Wand. Kleines. Ich muss ja immer den Pfeilen hier nach. Aber man weiß ja nie, was da hinten noch so alles lummernt. Ist ja nichts unmöglich. Das ist ja nicht unmöglich. Level ab! Kann ich hier irgendwas machen? Oder steht die Schrift nur da so? Achso, als Hinweis. Nur als Hinweis. Vor allem Level 1 hat ein Leben von 100. Level 3 hat ein Leben von 106. Jetzt werde ich das nicht einfangen lassen. Wow. Wieder. Uh. Ja, ja, wir haben wieder diese Pferdenkampf-Fuzzis, ne? Die ich so lieb habe. Da steht auf dem Kwaner hier. Kann man nicht sehen. So. Treffe ich den auch mal nicht? So. Das ist der Nachteil dieser Vogelperspektive, ne? Das ist dann, äh. Kann man echt viel sehen. Manche Situationen. Einfach drauf da. Einfach drauf da. Einfach drauf da. Keine riesige Verluste. Hier. Ja. Kann man sehen. Das erklärt, warum die alle so verballert sind. Haben eindeutig zu viel RTL gekauft. Dann werde ich auch so vom Baller entfangen. Geh weg. So. So. Level up. Hier liegt er. Oh Gott, ich muss noch mal kurz erledigen. Warte, der liegt da mit runtergelassener Hose? Was haben die mit dem angestellt? Das ist ja mal... Ich will gar nicht wissen, was die mit dem gemacht haben. Da. Guck mal, da kann man sehen. Guck mal, was da lieb. Das ist eindeutig hier. Ja. Da. Das. Kann ich echt nicht lesen, was da stehen soll. Ich bin zu schnell weg. Auf jeden Fall RTL. Ja, ich könnte noch vor nette Lüge liegen, aber... Au. Wer? Bitte was? Bitte was? Au. Guck mal, ich war uns mal schnell. Nein, ich bin drauf. Ach so. Warte, ich weiß. Warte, Mann, 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 Mann. Der war irgendwie voll leicht platt. Kurios. Auf jeden Fall. Da fuhren wir die mit ihm aus. Du. Oh, was... Ach du Sche... Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. So... Lauf, warte, 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 warte. Wir haben andere Idee. Andere Idee. Jawohl. und den kriege ich den kriege ich ah ich habe ihn gekriegt nein nein so halt ab jetzt haue ich hier mit na mit paddeln und bomb zusammen drauf boah phew ja das wurde recht knapp sag ich jetzt mal ja unter fortschritt habe ich jetzt 100 von 1000 zombies also habe ich es bald aber ich muss natürlich alle einfach ins ziel laufen und sagen vorbei hier tja wenn wir suchen hier aber level 6 hat 115 level 100 das ist doch in keiner Weise gerechtfertigt also jetzt mal Richtung ziel auf das weise Richtung pick up ja 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 wie oft liegt der hier da liegt der da liegt der hauptsache den ich gekehlt habe der hat die luft aufgelöst ja komm ruhig der da da eine taste davon von der typ da oben der sitzt hier voll gechillt frisst den einen da und interessiert sich ein scheiß für mich die sehr super ja dann ich klicke immer auf das welches gewohnt da jetzt bin jetzt hier bei dem hier unten und das war es dann dann bin ich fertig camp by night ja die habe ich ähm relativ schwer in erinnerung noch die Diese wunderschönen Wartezeiten anbauen. Ja, dann gehts los. Wer hat seine Geschichte erzählt? Aber das Problem ist bei mir der Regen. In jedem Spiel, wo es regnet, legt es bei mir ein bisschen mehr. Das ist... Ich treffe die gar nicht. Guck mal, das ist... Guck, ich treffe das. Das war mal die ganze Zeit kaputt, aber... Das ist ganz cool, dass ich dieses Level hier habe. Ja... Ich weiß, was los ist. Kurz... Das liegt ein bisschen am... Internet. Das ist... So schrecklich. Aber ich bin dann mal kurz ein bisschen entlastet. Ich habe es generell entlastet. Ich habe im Hintergrund alles ausnahmsweise ausgemacht. Damit ich nicht gestört werde. Aber das Problem ist, ich bin halt nicht allein zu Hause. Und das beansprucht alles das Internet. Ich meine, denn so ist es ja schon nicht gut. Wenn man ja noch... Jetzt noch jemand zu Hause ist und dann auch noch irgendwas zockt über Internet oder sonst irgendwas... Das zieht das ganz schön runter. Und das ist halt immer dieser Nachteil. Ich würde jetzt eigentlich auch gar nicht aufnehmen. Ähm... Gibt es eine Sache, die ich dann halt abends aufnehme, wo ich sicher bin, dass es... funktioniert. Und ich nehme das jetzt auch nur auf. Weil es gestern irgendwie... Ich habe die erste Folge ja schon hochgeladen. Aber... Ähm... YouTube, ähm... Ich... Beende die Aufm... Die Untersuchladen einfach nicht. Ich stehe die ganze Zeit bei, ähm... Mit 95% verarbeitet. Weiter komm ich nicht. Also... Hab ich mich jetzt entschieden, alles nochmal von neu zu machen. Äh... Was ausnahmsweise direkt nach der Schule dann... Erstmal, äh... Fertig habe. Und jetzt, äh... Sieht man, wo ich hier gelandet bin, ne? Kaum, äh... Regnt nix hier bei mir, äh... Gehört mein Internet bisschen ab. Und das ist auf dieses... Possession in diesem Level überhaupt nicht gut, weil... Oh... This must be where I was supposed to meet up with the other doctors. Scheiße. Ich habe es nicht in Zeit gemacht. Das ist, ähm... Ja, das stört mich gerade... Oh, ein Veteran, Level 3. Wir müssen mehr leben. Es geht doch drauf! Ja, genau. Es ging vorbei. Geht doch. Also, Linus, ich kann jetzt nicht an der Stelle stehen bleiben und warten, bis es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Ich muss... Die ganze Zeit laufen, weil... äh... Ja, die Zombies die ganze Zeit wieder kommen. Die, äh... Ne? Kannste nicht einfach sagen, okay, ich bleibe jetzt kurz stehen, warte dann und schneide das dann raus, bis es wieder funktioniert. Nein, die Zombies, äh... Tauchen die ganze Zeit immer wieder auf. Wisste, ich kann jetzt hier, äh... Mit dem Internet noch so lange hier stehen. Ja, und hier oben ist natürlich ein Zaun. Wer hätte das denn gedacht? Ja... Ich glaube jetzt mal ein bisschen weit, ein bisschen... Durch hier. Ich bin noch gar nicht levelend ab genug für die Fähigkeit auf F. Das ist... Das ist gerade ziemlich blöd. Aber die bräuchte ich eigentlich, um eigentlich zu sein. Ich hoffe, ich habe es bald, weil ich gehe ja gerade... ... die güzelste Art und Weise drauf. Jaa... Jo... Jo... Je... Attends auf die Sicht! Warte! Ich habe die Fähigkeit jetzt aber sterbe gleich trotzdem! Na gut! Ich muss kurz warten... Du schaust, dass du arbeiten kannst, Shaq. Ich renne immer da vorn. Ging's jetzt noch mal lang? Ach, ich seh's doch oben auf der Neb. Ja, komm. Erledigt. Hier. Leg mit dir. Leg mit dir. Das lag jetzt grad ein bisschen. Aber es hält sich grad noch alles in Grenzen. Das war mir interessiert ist ob die... Ah, ja genau. Also hier geht's lang. Level ab. Die Fähigkeit auf E verbessert. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Geh doch. Ich nütze jetzt mal in eine Bandlage. Okay. Press X. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. Ist klar. Äh. Äh, wo ist? Er, er, hier. Schnell, 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 wieder weg, 60 brauche ich, boah. Heile ich mich, ja schau ich mir schnell sind auch. Boah hab ich aber ziemlich glück, bei der letzten Aufnahme, äh, hatte ich da einiges größere Probleme, weil da viel mehr Zombies kamen. Woah, woah, da sind, aah, ich... Ah, ich hab nur da. Geh mal was in den Weg, geh mal was in den Weg, ach ich kann ja gar nicht die ganze Zeit. Ähm, hier. Stirb, ja, gestirb! Zombie-Kelle, er rum, ich hab freigestanden. Nein, nein, nein! Geh mal was in den Weg, geh mal was in den Weg, geh mal was in den Weg. Nein! Ja, geschafft! Stirb, gestirb, 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 gestirb. Oh, das kommt jetzt niemand mehr. Mann, Mann, Mann! Typ, pack dich, das spielt einfach auf dich drauf und dann... Ja, kannst nicht flüchten. Und dann kannst du das Rollen, äh, nur einmal benutzen. Ah, voll vergessen. Hat ne Abklingungszeige, scheiße. Lass mich durch hier, lass mich durch! Boah, weg, 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 weg. Boah, Mann, Mann, Mann! Ist das ein scheiß Level? Oder Map? Eine scheiß Map ist das? Boah. 89 Tom ist gekillt ey, der Typ am Ende sollte für 20 gelten. Close. So. Das war's. Ich guck mir jetzt mal. Ich hab jetzt den Start natürlich wieder eingeholt, indem ich die drei Starter-Messions gemacht habe. Ähm. Muss jetzt hier. Dr. Bauer, ein Test-Cross-Lotsk. Ja. Jetzt bin ich da mit dran. Äh. Difficult. 200 difficult easy. Ähm. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Start an Quest. Ähm. Ja. Ich bin ja jetzt. Genau. Ich bin ja wieder hier dran. Ich mach die jetzt fertig. Ähm. Kannst nicht mal rauswählen. Das ist schade. Ich nehm jetzt. Start den Paddel. Ich weiß nicht. 181 Power. Die hat 67 Power. 60 Quiddlestrike. 28 für Stamina. Was immer Stamina heißen soll. Ich find die irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Ich bleib bei der. Ich find die einfach besser. Ich test jetzt einfach mal ob ich mit der weiterkomme. Ja. Da muss ich jetzt. Okay. 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 mal weiter. Oh. Achso. Achso. I Cuando. Jetzt noch ready zu klicken.